Hallo! Hallo! Wir sitzen gerade im Duo zusammen und sind am austüfteln vom neuen Programm. Ja, und jetzt haben wir an euch gedacht und wir wollten euch jetzt einen kleinen Vorgeschmack drauf schicken, weil Konzerte sind ja momentan nicht wirklich möglich, aber es ist uns trotzdem wichtig, einen Gruß nach außen zu schicken. Vor allem an euch, die uns immer supporten. Bis zum nächsten Mal! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020